Willkommen zurück. Let's begin with a silent prayer. Amen. Amen. Okay. So, welcome back to the next presentation. In our last presentation, we saw the necessity of this revelation where we need to see Christ on the cross. And we saw basically that at the moment Christ is trying to draw us to this experience. By teaching us, like the two Emios disciples, all the types and shadows that then eventually would point down to the cross. Okay. And it's only by seeing Christ on the cross that we can see the sinfulness of sin and also at the same time the love of God for sinful beings. Okay. And it's only by seeing Christ on the cross that we can see the sinfulness of sin. Es ist nur, indem wir Christus auf dem Kreuz sehen, dass wir auch die Sündhaftigkeit der Sünde sehen können. And at the same time see the love of God for sinful men. Und zur selben Zeit auch die Liebe Gottes den Menschen, den sündigen Menschen gegenüber sehen können. And we saw that once we obtain this revelation, this will lead to great revival. Und wir haben auch gesehen, dass wenn wir diese Offenbarung dann erhalten, es uns zur Erweckung führen wird. Und diese Offenbarung ist die Offenbarung des Buches der Offenbarung. All the books of the Bible meet an end in the Revelation. Alle Bücher der Bibel treffen ein Ende in der Offenbarung. Okay. And in this presentation we just want to reconfirm these thoughts from a different story. Und in dieser Präsentation wollen wir nur diese Gedanken bestätigen von einer anderen Geschichte. And also then look at some more characteristics of true revivals. Und dann werden wir uns noch ein paar Charakteristiken von wahren Erweckung anschauen. Und erinnert euch daran, dass es hier ist, wo wir diese wahre Erweckung erhalten. Ja, but we know the quote that says that Satan wants to introduce a counterfeit just before. Aber wir kennen auch die Zitate, wo es sagt, dass Satan eine Fälschung davon einführen will kurz davor. Ja, so we understand this false revival begins here, but also there will be another false revival here. Also wir wissen, dass diese falsche Erweckung hier anfängt, aber es wird dann eine weitere falsche Erweckung hier geben. Ja, so 2016 marked this false revival. And later Jeff also, he gave this false prediction marking another increase of this false revival, you can see. Also hier in 2016 gab es dann diese falsche Erweckung und später dann gab Jeff auch diese falsche Vorhersage, die dann auch diese falsche Erweckung markiert. Increase of it. Und eine Zunahme davon. Okay. Alright, so let's go now, remind ourselves of this very important quote. Lasst uns jetzt wieder an diesen sehr wichtigen Zitat erinnern. Von Schritte zu Jesus, Seite 19. So let's just begin here in the underlying part at the end of the quote. Und lasst uns hier anfangen beim unterstrichen am Ende des Zitates. It says, And cried out, O wretched man that I am, who shall deliver me from this body of death? Romans 7, 24. Such is the cry that has gone up from burdened hearts in all lands and all ages. To all there is but one answer. Behold the Lamb of God, which taketh away the sin of the world. So, just keep this in mind. This is the only answer for the Romans 7 problem. Also erinnert euch daran, das ist die einzige Antwort auf dem Problem vom Römer 7. So, we need to see Christ on the cross. Wir müssen Christus auf dem Kreuz sehen. So let's go now to John chapter 3. This is where Nicodemus came to Jesus. And Jesus told him the following. Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, Except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Nicodemus saith unto him, How can a man be born when he is old? Can he enter the second time into his mother's womb and be born? Jesus answered, Verily, verily, I say unto thee, Except a man be born of water and of the spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Okay, so Jesus was now teaching Nicodemus about the new birth. Jesus hat jetzt Nicodemus über die Neugeburt gelehrt. Okay. And now let's look what Cesar White has to say about this. Und lasst uns jetzt sehen, was Anne White darüber zu sagen hat. And we saw the new birth then takes place here once we obtained this revelation. Und wir haben gesehen, dass diese Neugeburt jetzt hier stattfindet, nachdem wir die Offenbarung gehalten. But before we receive the revelation, we are drawn to Christ. We are drawn to this revelation. Aber bevor wir diese Offenbarung gehalten, dann werden wir zu dieser Offenbarung zu Christus hingezogen. Okay. And Nicodemus, was he born again already? Und war Nicodemus schon von neuem geboren? No, right? Nein. Therefore Jesus told him, you need to be born again. Deswegen hat ihn Jesus gesagt, du musst von neuem geboren werden. So let's read now. Was muss das jetzt lesen? Nicodemus was being drawn to Christ. So what happened to him? Also was ist ihm passiert? Yes, he was in this condition, right? Aber in diesem Zustand hier. Okay. So therefore Jesus had to teach him first all the types and place him under the tutors and governors. Also Jesus musste ihm zuerst alle Typen lehren und ihn unter den Vormühnern und Lehrern setzen. But eventually he wants to lead him to the revelation, right? Aber letztendlich will er ihn zur Offenbarung hinbringen. Because this is the only answer to our sin problem. Denn das ist die einzige Antwort zu unserem Sündenproblem. As the Savior explained to him concerning the new birth, he longed to have this change wrought in himself. By what means could it be accomplished? Jesus answered the unspoken question. As Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of Man be lifted up, that whosoever believeth in him should not perish, but have eternal life. Okay, so what does she say here? Was sagt sie hier? By what means can this be accomplished? And the answer is, like Moses lifted up the serpent, so must the Son of Man be lifted up, right? Also durch welche Mittel wird es hier geschehen? Es sagt hier, wie Mosin, da wirst du die Schlange erörtert, so muss das Menschensohn erörtert werden. Okay, so therefore Christ was pointing him to the cross. So it's always the same experience. It's always the same experience. So you need to see Christ on the cross. It's the only answer. So you have to see Christ on the cross. That's the only answer. Here was ground with which Nicodemus was familiar. The symbol of the uplifted serpent made plain to him the Savior's mission. When the people of Israel were dying from the sting of the fiery serpents, God directed Moses to make a serpent of brass and place it on high in the midst of the congregation. Then the word was sounded throughout the encampment, that all who would look upon the serpent should live. So what were they to do with the serpent? Also was mussten sie mit dieser Schlange tun? They were to look upon him. They mussten auf dieser Schlange schauen. The people well knew that in itself the serpent had no power to help them. It was a symbol of Christ. As the image made in the likeness of the destroying serpents was lifted up for their healing, so one made in the likeness of sinful flesh was to be their Redeemer. Many of the Israelites regarded the sacrificial service as having virtue, sorry, as having in itself virtue to set them free from sin. So what was the promise with the Jews? Also was war das Problem mit dem Juden? Nein. So the act of the self would be, also literally meaning, would create them for all of the sins. Yes, would deliver them from sin, right? So... I don't understand what she said. Okay, she said basically that... Vielleicht kannst du übersetzen. Also, sie hat gesagt... Oder ich muss auch nochmal auf Englisch sagen. Also sie haben geglaubt, dass diese buchstäbliche Durchführung der Sündenopfer sie von der Sünde befreien wird. Also wenn wir das jetzt zu unserer Zeit übertragen, was würde das für uns bedeuten? Dass wir glauben, dass die Typen uns retten können. Dass wir einfach nur ein Verständnis der Typen haben können und das wird uns retten. Dass das uns von der Knechtschaftssünde befreien wird. Was würde dies bedeuten jetzt für uns? Wenn wir glauben würden, dass nur die Typen uns retten können. Wenn wir glauben würden, dass nur die Typen uns retten können. Wenn wir nicht spirituell, sondern natürlich. Wir würden denken, dass wir sind, weil wir keine Typen haben. Okay. Was haben wir gesehen? Was haben wir gesehen? Was sind die Typen für uns, die wir lernen müssen? All diese Sachen, die ihnen geschehen sind, das sind Vorbilder für uns. Also wenn du jetzt glauben würdest, dass das buchstäbliche Verständnis der Daniel-Statue dich retten kann. Das ist das, was du glauben würdest. Das ist das, was du glauben würdest. Das ist das, was du glauben würdest. Und du würdest glaubst, okay, ich muss nur die Bibel wie ein Storybuch lesen und verstehen. Babylon, Medo-Persia, Greece und Rome und all diese Dinge. Okay, das würde heißen, dass du einfach jetzt so ein buchstäbliches Verständnis von Daniel haben kannst, dass Babylon und Medo-Persia sind, Griechenland und Rom und dass diese Sachen dich halt befreien würden von der Knechtschaft zu senden. Und momentan, wie versteht das Adventismus diese Geschichten? Sie verstehen das buchstäblich. Deswegen sind sie immer noch in Knechtschaft zu senden. Wir, on the other hand, we try to understand the Antitype. Wir aber, wir versuchen den Antitypus zu verstehen. Aber wir haben es noch nicht vollständig verstanden und deswegen haben wir auch noch nicht die Offenbarung gehalten. Und das ist auch der Grund, wieso wir auch immer noch unter Knechtschaft zu senden sind. Aber der Herr, er lehrt uns, zu was diese Typen hindeuten, dass er uns auch letztendlich zur Offenbarung hinbringen kann. Dass wir dann befreit werden können von der Knechtschaft zu senden. Okay, so let's continue. Lass uns weiter machen. Das ist das, was wir in Galater 3 gelesen haben. Das Gesetz muss dich wohin führen? Zu Christus. Zum Erlöser. Hierhin. Du musst Christus sehen. Just like Isaiah saw the Lord sitting upon the throne. Genauso wie Isaiah den Herrn auf dem Thron sitzen gesehen hat. Nächster Paragraph. So, if you don't look here. Those who had been bitten by the serpents might have delayed to look. They might have questioned how there could be efficacy in that brazen symbol. They might have demanded a scientific explanation. But no explanation was given. They must accept the word of God to them through Moses. To refuse to look was to perish. So, if you don't look here. What is the only result? Also, wenn du hier nicht schaust, was ist der einzige Resultat? You will die. Du wirst sterben. So, brothers and sisters, we must understand. If you don't receive the revelation, you die in your sins. We must understand, dear God and sisters, that if we don't receive the Offenbarung, then you will die in your sins. You cannot be converted. You cannot receive the new birth. Unless you receive this revelation. It's not possible. You will die in your sins. You will die in your sins. It goes on to say. Er sagt weiter. Not through controversy and discussion is the soul enlightened. We must look and live. Nicodemus received the lesson and carried it with him. He searched the scriptures in a new way, not for the discussion of a theory, but in order to receive life for the soul. He began to see the kingdom of heaven as he submitted himself to the leading of the Holy Spirit. There are thousands today who need to learn the same truth that was taught to Nicodemus by the uplifted serpent. So we need to learn this lesson, she says. We need to learn this lesson, this lesson. They depend on their obedience to the law of God to command them to his favor. When they are bidden to look to Jesus and believe that he saves them solely through his grace, they exclaim, how can these things be? Like Nicodemus, we must be willing to enter into life in the same way as the chief of sinners. Then Christ, there is no other name under heaven given among men, whereby we must be saved. Through faith we receive the grace of God. But faith is not our Savior. It earns nothing. It is the hand by which we lay hold upon Christ and appropriate his merits the remedy for sin. Okay, so how must you accept here this cross? Through faith, right? Through faith. It is not through feelings here. Because you will feel miserable. Denn du wirst dich hier schrecklich anfügen, miserabel. Also du wirst dir von deiner Sinnhaftigkeit überzeugt werden. Und zur selben Zeit steht Satan da und klagt dich an. Aber du musst durch Glauben diesen Heilmittel akzeptieren, der dir hier durch die Offenbarung gegeben wird. So again the question is asked, how are we to be saved? Behold the Lamb of God, which taketh away the sin of the world. Over and over again, story after story, shows us this very truth. Immer wieder zeigt es uns diese Wahrheit, Geschichte nach Geschichte. The light shining from the cross reveals the love of God. His love is drawing us to himself. If we do not resist this drawing, we shall be led to the foot of the cross in repentance for the sins that have crucified the Savior. Then the Spirit of God, through faith, produces a new life in the soul. The thoughts and desires are brought into obedience to the will of Christ. The heart and mind are created in you in the image of him, who works in us to subdue all things to himself. Then the law of God is written in the mind and heart. And we can say with Christ, I delight to do thy will, O my God. So it shows us, this is how we can obtain the new birth. Also es zeigt uns hier, wie wir diese Neugeburt erhalten können. And that's the only way, it's not, there's not another way. Und das hier ist der einzige Weg, es gibt nicht irgendwie eine andere Möglichkeit. Und du bekommst hier dieses neue Herz und was ist in diesem neuen Herz geschrieben? The last sentence she says, then the law of God is written in the mind and heart. Er sagt im letzten Satz, dann ist das Gesetz Gottes im Herz und Sinn geschrieben. And we can say with Christ, I delight to do thy will, O my God. Und wir können dann mit Christus bekennen dein Willen, mein Gott, tue ich gern. Okay, so now you love God, you delight to do everything that he says. Also du liebst jetzt Gott, du tust gerne alles, was er sagt. And you will not feel it to be a drudgery to follow his commandments, to study his word, to have spiritual, you know, like a spiritual connection with him and all these things. Also du wirst es nicht als eine Böde empfinden, sein Gesetz zu halten und sein Wort zu studieren und eine geistliche Verbindung mit ihm zu haben. Okay, because there is now a transformation taking place in you. Denn jetzt findet eine Verwandlung in dir statt. Before that, Jesus says we are like this evil tree, this corrupt tree. Davor sagt Jesus, wir sind wie dieser böse Baum, dieses corrupte Baum. And we bring forth corrupt fruit. Und wir bringen, wir bringen, äh, verdorbene Frucht. Verdorbene Frucht, ja. But then we become this good tree that brings forth good fruit. Aber dann werden wir zu diesem guten Baum was gute Frucht bringt. Okay, and is it difficult for an apple tree to bring forth apples? Und ist es schwer für einen Apfelbaum Äpfel hervorzubringen? No, why? Nein, warum nicht? Es ist ein apple tree. Yes, because it's an apple tree. Okay. Because it's in its nature. Es ist in seiner Natur. Therefore, if you are now a good tree, it's not difficult for you to bring forth good fruit. Deswegen, wenn du jetzt ein guten Baum bist, dann ist es nicht schwer für dich, ähm, gute Früchte hervorzubringen. It's now more difficult for you to bring forth corrupt fruit. Okay? Es ist sogar jetzt schwieriger für dich, corrupte Frucht hervorzubringen. Because you are now good, and you don't like the evil anymore. Denn du bist jetzt gut, und du magst das Böse nicht mehr. Okay, you are now holy. Du bist jetzt heilig. And you are fully surrendered to the Lord. Und du bist dem Herrn völlig hingegeben. You hate sin. Du hasst die Sünde. You love righteousness. Und du liebst die Gerechtigkeit. So whenever temptations come upon you, you will hate it. Und wenn auch immer Versuchungen zu dir kommen, du wirst es hassen. You will hate the worldly music when you go into the supermarket. Du wirst diese weltliche Musik hassen, wenn du zum Beispiel zum Supermarkt gehst. You will hate all the allurements of this world, the new movies that are advertised. Du wirst all diese Anziehungen, die weltlichen Attraktionen, die weltlichen Attraktionen wirst du jetzt hassen. All diese neuen Filme zum Beispiel, die rauskommen oder was auch immer. You will despise the smell of unhealthy food. Und du wirst das Geruch von ungesundes Essen hassen. Und all diese Sachen, die jetzt so attraktiv sind zu unserer fleischlichen Natur, du wirst es dann hassen. Christus war heilig und er hat diese Sachen gehasst. So if anybody thinks that he's already born again and holy and all these things, that's nonsense. Also wenn es irgendjemand jetzt gibt, der denkt, der ist heilig und vom Neuen geboren, das ist einfach nur Unsinn. Because we all can see that our heart is still craving after these evil things. Denn wir können alle sehen, wie unsere Herzen noch nach all diesen irdischen Sachen noch ein Verlangen hat. Wir sind immer noch böse. Okay, but we need to have this revelation. This revelation is the only hope for us to receive a change in nature. Aber wir müssen diese Offenbarung erhalten. Diese Offenbarung ist die einzige Hoffnung für uns, die unsere Natur ändern kann. Okay, next paragraph. Nächster Paragraph. In the interview with Nicodemus, Jesus unfolded the plan of salvation and his mission to the world. In none of his subsequent discourses did he explain so fully, step by step, the work necessary to be done in the hearts of all who would inherit the kingdom of heaven. So, what did he unfold to Nicodemus? Also, was hat er in Nicodemus offenbart? The plan of salvation. Der plan der Erlösung. So, brothers and sisters, the plan of salvation is this revelation. Also, Brüder und Schwester, der plan der Erlösung ist diese Offenbarung. So, in the reality that the Lord is now bringing our focus to this truth, shows us that we are just before obtaining it. Und die Realität, dass Jesus uns jetzt all diese Sachen offenbart, genau bevor diesen Punkt, dann das bestätigt, dass es wahr ist. No, that we're just before it. Ah, dass wir genau davor stehen. Okay, so, therefore, what is Satan trying to do? Und was hat Satan versucht zu tun? What is he trying to do? Oder was versucht er zu tun? He knows these things, right? Er kennt all diese Sachen. So, what will he try to do with all his power? Und was wird er dann mit all seiner Macht versuchen zu tun? To prevent you from hearing these words. Yes, okay. Also, er wird versuchen, dass du sein Wort nicht hören kannst. He will try to prevent you to receive the revelation, right? Also, er wird versuchen zu vermeiden, dass du diese Offenbarung erhalten kannst. Wenn das die einzige Lösung zu dem Sündenproblem ist, dann wird er versuchen, diese Lösung von dir wegzunehmen. Okay. Und was ist eine Weise oder ein Mittel, wie er normalerweise dies schafft? Was macht er immer? Wenn auch immer es ein wahres gibt, dann gibt es auch eine Fälschung. Okay. So, he will try to lead you into a counterfeit. Er wird versuchen, dich zu dieser Fälschung zu bringen. Er wird versuchen, dir diese Erfahrung zu geben, dass du dann denkst, dass du vom Neuen geboren bist und diese wahre Erweckung erhalten hast. Aber er kann dir nicht die wahre Offenbarung geben. Also, er wird dir all diese Sachen geben ohne die wahre Offenbarung. Und deswegen werden jetzt Leute aufstehen vor dieser Zeit und behaupten, diese Erfahrung bereits erhalten zu haben. Du kannst wissen, dass sie falsch sind. Denn die Offenbarung ist ja am Ende markiert und nicht irgendwo davor. Und Brüder und Schwestern, es gibt bereits Leute in unserer Bewegung, die diese Falschheiten behaupten. Sie wollen diese Erfahrung gehalten ohne die Offenbarung. Und sie platzieren das auch bevor die bestimmte Zeit. Und sie platzieren das auch bevor die bestimmte Zeit. Zum Beispiel, jemand hat das hier platziert. Deswegen ist es wichtig, dass wir diese Sachen verstehen und realisieren, dass Satan versucht zu vermeiden, dass wir die Offenbarung gehalten haben. Lasst uns zu 1. Johannes in unseren Bibeln gehen. Lasst uns zu 1. Johannes Kapitel 4 gehen. Denn in 1. Johannes warnt vor all diesen falschen Propheten und falschen Christus. Also lasst uns zu 1. Johannes 4, Vers 1 lesen. Es sagt, Also was sollen wir mit den Geistern versuchen zu tun? Und wir müssen sie versuchen. Und wir müssen sie prüfen. Also lasst uns jetzt zu 1. Johannes Kapitel 3 gehen. Und lasst uns Verse 5 und 6 lesen. Okay. Und erinnert euch daran, wir müssen den Lamm Gottes sehen, der was tut. Der die Sünden der Welt wegnimmt. So now let's read Verse 5 und 6. Lass uns also jetzt Vers 5 und 6 lesen. Und was ist hier ein anderes Wort für Manifestieren? Offenbaren. Und wenn er jetzt hier offenbart ist, ist er offenbart, um unsere Sünden wegzunehmen. Der Lamm Gottes, der die Sünden der Welt wegnimmt. Now Verse 6. Jetzt Vers 6. Whosoever abideth in him sinneth not. Whosoever sinneth hath not seen him, neither known him. So what will be the difference between the two classes? Und wo ist der Unterschied zwischen den beiden Klassen? Eine Klasse hat ihn gesehen, die andere Klasse hat ihn nicht gesehen. So one class received the revelation, the other class didn't receive the revelation. Also eine Klasse hat die Offenbarung gehalten, die andere Klasse hat die Offenbarung nicht erhalten. Und was ist der Resultat von entweder ihn sehen oder nicht sehen? What does he say hier in Vers 6? Was sagt er hier in Vers 6? Know him or don't know him. Yes, you will know him or not know him. Du wirst ihn kennen oder nicht kennen. Or. Oder. Yes. If you sin or don't sin. Right? Also diejenigen, die dann hier Gottes Gesetz öffentlich brechen, die werden dann manifestieren, dass sie die Offenbarung nie erhalten haben. Und das ist ein klarer Indiz, dass du dann die Geister prüfen kannst. Amen. Amen. Okay. So. Now let's go back to this quote from Desire of Ages. Lass uns jetzt zurück zu diesem Zitat gehen vom Leben Jesu. Und lasst uns wieder 176.1 lesen. 176.1 lesen. Punkt 1. Ja, das ist 160.4 im Deutschen. Da, wo du jetzt bist. Okay, 160.4 im Deutschen. Also in diesem Gespräch mit Nicodemus ist eine klare Illustration. Wie du gerettet werden kannst. The clues. Die klaste. Also die klaste Darstellung. At the very beginning of his ministry, he opened the truth to a member of the Sanhedrin, to the mind that was most receptive, and to an appointed teacher of the people. But the leaders of Israel did not welcome the light. Nicodemus hid the truth in his heart, and for three years there was little apparent fruit. But Jesus was acquainted with the soil into which he cast the seed. The words spoken at night to one listener in the lowly mountain were not lost. For a time Nicodemus did not publicly acknowledge Christ, but he watched his life and pondered his teachings. In the Sanhedrin council he repeatedly thwarted the schemes of the priests to destroy him. When at last Jesus was lifted up on the cross, Nicodemus remembered the teachings upon Olivet. As Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of Man be lifted up, that whosoever believeth in him should not perish but have eternal life. The light from that secret interview illumined the cross upon Calvary, and Nicodemus saw in Jesus the world's Redeemer. So Nicodemus was then and there converted when he saw Christ on the cross. Also Nicodemus war an dem Zeitpunkt bekehrt, als er Jesus auf dem Kreuz gesehen hat. Okay, so over and over again we see this very truth. It's all about the revelation. Also wieder und wieder sehen wir diese Wahrheit. Es geht alles um die Offenbarung. Okay, so now let's go jump over to the next Bible verse. We looked at them already. Lass uns die nächsten Bibelferse überspringen. Wir haben sie uns bereits angeschaut. And let's go to the next quote from Great Controversy. Und lasst uns zum nächsten Zitat aus dem großen Kampf gehen. Und die ersten zwei Paragraphen haben wir bereits im letzten Studium gelesen. Das waren basically die Punkte, die wir hier über die Wahrheit erweckern haben. Hier drin stehen diese Punkte, die wir über die Wahrheit erweckern hier aufgeschrieben haben. So Sister Wyatt, sie sprach über die Wahrheit erweckern. Und wir können auch sehen, dass die, die die Wahrheit erweckern, die auch die Wahrheit erweckern haben. Und was haben sie auch gesehen? Und J. White schreibt hier über die wahre Erweckung. Und sie sagt, dass die, die die wahre Erweckung erfahren haben, was haben sie auch gesehen? Das Name Gottes, das die Sünden der Welt wegnimmt. So it's always the same, brothers and sisters. You cannot have any other hope or any other way besides this one way. Es ist immer gleich mit meiner Schwester. Du kannst keinen anderen Weg haben als dieser. It's only one answer. Es gibt nur eine Antwort. Okay, so jump down to the third paragraph of this quote. Also springt runter zum dritten Paragraph, zum dritten Absatz von diesem Zitat. Or actually, maybe you can even start in the middle of the second paragraph. Oder lass uns doch in der Mitte vom zweiten Absatz anfangen. It says, the things, the boldface, the things that they once hated, they now loved. And the things they once loved, they hated. Also hier können wir sehen, dass diese Sachen, die du jetzt noch ein Verlangen dafür hast, wirst du dann hassen. I don't know, I cannot speak for you. Und ich weiß nicht, ich kann nicht für euch sprechen. But there are things in my character, I've been praying for this for many, many years now. Aber es gibt Dinge in meinem Charakter, für die ich jetzt schon jahrelang gebetet habe. And it seems that there is no real change taking place. Und es scheint so, als würde es da eigentlich keine wirkliche Veränderung gegeben haben. Jeremiah said, will you be a common to me as a liar before us that fail? Also Jeremiah hat gesagt, will you become a liar? Wirst du mir wie ein Lügner? Und Wasser, die versagt. So, yes, and is my wound incurable, if you ask me? Und er hat gefragt, ist meine Wunde unheilbar? Okay. But we need to believe that whenever we pray on our knees to overcome our character defects, Christ is drawing us one step closer to the cross, to the revelation. Aber wir müssen glauben, dass wann auch immer wir auf unsere Knie gehen und beten, dass er uns hilft, diese Sachen zu überwinden, dass er uns näher zu dieser Offenbarung hinzieht. Because this is look and live, right? Denn das ist schau und leb. And this is where we can get healed from the serpent sting. Das ist, wo wir geheilt werden können von dem Schlangenbiss. Not somewhere else, okay? Nicht irgendwo anders. Therefore we never must get dismayed with our defects, but always confessing them and pleading for overcoming, and eventually the Lord will bring us to the solution. Deswegen müssen wir mit unseren Defekten nicht enttäuscht werden, sondern wir müssen... Entmutigt werden. Entmutigt werden. Sondern wir müssen immer überwinden und beten. Also beten und um Kraft bitten zu überwinden. Ja, beten und um Kraft bitten zu überwinden. Und dann wird er uns letztendlich zu der Lösung hinbringen, wo wir geheilt werden können. Amen. Also wir können sehen, die Sachen, die sie einst hassten, liebten sie nun, und die Sachen, die sie einst liebten, hassen sie jetzt. The proud and self-assertive became meek and lowly of heart. The vain and supercilious became serious and unobtrusive. The profane became reverent, the drunken sober, the profligate pure. The vain fashions of the world were laid aside. Christians sought not the outward adorning of plating the hair and of wearing of gold or of putting on of apparel, but the hidden man of the heart, in that which is not corruptible, even the ornament of a meek and quiet spirit, which is in the sight of God of great price. Revivals brought deep heart-searching and humility. They were characterized by solemn, earnest appeals to the sinner, by yearning compassion for the purchase of the blood of Christ. Men and women prayed and wrestled with God for the salvation of souls. The fruits of such revivals were seen in souls who shrank not at self-denial and sacrifice, but rejoiced that they were counted worthy to suffer reproach and trial for the sake of Christ. Men beheld a transformation in the lives of those who had professed the name of Jesus. Okay, so there will be a clear transformation in your life seen. Also, es wird eine wahre Verwandlung gesehen werden in dein Leben. So, people will notice and say, what happened to you? Also, die Leute, die werden das sehen und sie werden sich fragen, was ist mit dir passiert? So, and then people will be drawn to you or they will hate you, just like what happened to Christ. Und die Menschen, die werden dann zu dir hingezogen werden oder sie werden dich hassen, genauso wie es mit Christus geschehen ist. Okay. So, now let's just continue with the next two paragraphs. Lasst uns jetzt mit den nächsten zwei Absätzen weitermachen. And we'll come to our closing thoughts. Und wir werden dann zu unseren abschließenden Gedanken kommen. This is the result of the spirit of God. There is no evidence of genuine repentance unless it works Reformation. So, if you don't really repent, you don't really reform. Okay. Also, wenn du nicht wahrlich Impulse tust, dann bekommst du auch nicht wirklich eine wahre Reformation. Keine wahre Reformation. Reformation. If he restore the pledge, give again that he had robbed, confess his sins, and love God and his fellow man, the sinner may be sure that he has found peace with God. Such were the effects that in former years followed seasons of religious awakening. Judged by their fruits, they were known to be blessed of God and the salvation of man and the uplifting of humanity. But many of the revivals of modern times have presented a marked contrast to those manifestations of divine grace, which in earlier days followed the labors of God's servants. So, the modern revivals are mostly not as the true revivals of the past. Also, these modern revisions, they are mostly not as the true revisions of the past. It is true that a widespread interest is kindled, but many profess conversion, sorry, it is true that a widespread interest is kindled, many profess conversion, and there are large accessions to the churches. Nevertheless, the results are not such as to warrant the belief that there has been a corresponding increase of real spiritual life. The light, which flames up for a time, soon dies out, leaving the darkness more dense than before. Okay. So, what is the problem with the false revivals? Was ist das Problem mit diesen falschen Erweckungen? Leaving darkness more than before. Yeah, they lead you into even greater darkness than you were before. Also, sie lassen dich in einer noch tieferen Finsternis, als du zuvor warst. And it also says, there is no real spiritual revival taking place. Und es sagt ja auch, es gibt nicht wirklich eine geistliche Erweckung, die da stattfindet. So, there is at the beginning great religious interest. Also, es gibt am Anfang ein großes religiöses Interesse. Or a great interest, it says here. Oder ein großes Interesse wird hier hervorgerufen. But it's not really bringing you closer to Christ. The opposite is the case. Aber es bringt dich nicht wirklich näher zu Christus, sondern das Gegenteil findet statt. Also, das Gesetz soll dich wohin bringen, gemäß Galater? To Christ, right? To the revelation. Zu Christus, zur Offenbarung. So, but Satan, what is he trying to do? Aber was versucht Satan zu tun? He's always trying to do the opposite, right? Er versucht immer das Gegenteil zu tun. So, he's trying to draw you further away from Christ. Er versucht dich weiter weg von Christus zu bringen. And he's trying to draw you away, to lead you away from this revelation. Er versucht dich von dieser Offenbarung wegzuführen. So, therefore, in his revivals, he will leave this point out. Okay? Deswegen, in seinen Erweckungen wird er diesen Punkt auslassen. He will leave out Christ on the cross. Er wird Christus auf dem Kreuz auslassen. In all these false religions out there. Und all diese falschen Religionen unter draußen. When you look at the world. Okay? Wenn du dir jetzt so die Welt anschaust. Yeah. What has Satan always tried to mask or to cover? Was hat Satan immer versucht zu verdecken? The cross. The cross, right? Das Kreuz. Christ dying on the cross. Christus, der auf dem Kreuz gestorben ist. So all these other religions, they are all work-based religions. All these other religions, die sind alle arbeitsbasierende Religionen oder tatbasierende Religionen. So they always don't know the concept of a savior that died on the cross for them. Die kennen diesen Konzept nicht, dass Christus, ein Erlöser, für sie auf dem Kreuz gestorben ist. For instance, the Muslims, right? Zum Beispiel die Muslimen. They say, all right, yeah, Jesus, he's a great prophet. Die sagen, na, ja, okay, Christus ist ein großer Prophet gewesen. But he never died on the cross. Aber er ist nie auf dem Kreuz gestorben. It was somebody else who just looked like him. Es war jemand anders, der einfach nur so aussah wie er. Okay, so therefore, you can see, Satan is always trying to cloud out or to cover up this point. Okay? Deswegen kannst du sehen, dass Satan hier immer versucht, diesen Punkt zu verdecken. Because he knows that's the only way to life. Denn er weiß, dass das der einzige Weg zum Leben ist. Und das Wundervolle da ist, ist, dass wenn du eins dieser Erfahrung bekommen hast, dass du schaust und dann lebst. Who is now dwelling in you? Wer weilt jetzt in dir? Christ. Christus. So now let's go to Acts chapter 3. Lasst uns jetzt zur Apostelgeschichte, Kapitel 3 gehen. And let's read the verses 1 to 7. Und lasst uns die Verse 1 bis 7 lesen. It says, Now Peter and John went up together into the temple at the hour of prayer being the ninth hour. So this is now just shortly after they received the Holy Ghost on Pentecost. So das ist jetzt kurz danach, also nachdem sie den Geist bei Pfingsten erhalten haben. So this would be a parallel to this experience, right, when you receive now the Holy Spirit. Also es würde eine Parallele zu dieser Erfahrung sein, wenn du jetzt hier den Heiligen Geist empfängst. So another verse 2. Und jetzt Vers 2. And a certain man, lame from his mother's womb, was carried from the whom they laid daily at the gate of the temple, which is called beautiful, to ask arms of them that entered into the temple. So he was lame from the mother's womb, right? Also er war lahm. Er war lahm von seinem Muttersleib. So he had only the natural birth. Er hatte nur die natürliche Geburt. And he was therefore, because sickness is always an illustration for this bondage to sin. Denn Krankheit ist immer ein Symbol für diese Knechtschaft zu Sünde. So he was still in bondage to sin. Also er war immer noch in Knechtschaft zu Sünde. And then it goes on to say. Und dann sagt es weiter. Who is seeing Peter and John about to go into the temple? Us in arms. And Peter fastening his eyes upon him with John and said, look on us. So what are they saying to him? Also was sagen sie zu ihm? Yes. Look at this serpent on the pole, right? Schaut zur Schlange auf dem Fall. Auf dem Fall. Fall. Auf dem Fall. Look and live. Schau und lebe. See as Christ is now erected on the cross. See wie Christus jetzt hier auf dem Kreuz gehoben ist. And he gave heat unto them expecting to receive something of them. So what was he doing? Also was hat er getan? He was looking, right? Er hat geschaut. So therefore he saw now Christ on the cross. Deswegen hat jetzt Christus auf dem Kreuz gesehen. Then Peter said, silver and gold have I none, but such as I have give I thee. In the name of Jesus Christ of Neanderthus rise up and walk. And he took him by the right hand and lifted him up and immediately his feet and ankle bones received strength. So it shows us once people obtain this experience, they now can give it to others. Also es zeigte, dass wenn Menschen jetzt hier diese Erfahrung bekommen, dann können sie es auch anderen geben. Okay. So they could now show him Christ on the cross. Aber sie konnten ihnen jetzt Christus auf dem Kreuz zeigen. Because they themselves had this experience before. Denn sie selbst haben diese Erfahrung bevor gehabt. und weil dieser bettler geglaubt hat, wurde er geheilt. Ja, es sagt es. Sofort sagt es. and this is the difference. At the moment none of us have had this experience yet. Und das ist der Unterschied. Momentan hat keiner von uns diese Erfahrung gehabt. Deswegen muss der Herr zuerst Menschen aufrichten, die Christus auf dem Kreuz sehen. Und dann können sie dies auch anderen weitergeben. Und deswegen können die Menschen jetzt viel schneller diese Erfahrung gehalten, weil sie können Christus auf dem Kreuz sehen durch diese Menschen, die die Erfahrung schon bereits gehabt haben. Und das ist warum das Werk Gottes so viel schneller heran vorwärts gehen kann, weil sie jetzt ein lebendes Beispiel haben. es kann schneller gehen als jetzt gerade. Und es wie ist ein großes Werk vor uns und es wird eine große Erweckung geben wenn Johannes aufgerichtet wird. Deswegen werdet jetzt nicht entmutigt, wenn ihr seht, dass es hier so wenige Leute gibt und dass Leute kein Interesse daran haben und all diese Sachen. Es wird sich bald ändern, wenn wir treu sind und die Offenbarung erhalten. Amen. Okay, dann lasst uns mit einem Gebet abschließen. Dear Father in Heaven, we thank you for the plan of salvation Wir danken dir für den Erlösungsplan und dass du uns Christus auf dem Kreuz zeigen willst genauso wie du die Schlange auf dem Fall gehoben hast dass wir schauen und leben mögen. Und deswegen lasst uns wie dieser lahme Bettler sein dass wir glauben mögen und schauen und leben dass wir dann auch auf unsere Beine stehen können und in deiner Barmherzigkeit frohlocken können. Und dass du uns von dieser Knechtschaft zu Sünde befreien kannst. Und dass wir dann vorwärts gehen können und eine große Erwirkung in deinem Volk bringen können. Just like John the Baptist did among your ancient people. Genauso wie Johannes der Täufer es getan hat in deinem Volk damals. Und wir beten und bitten all diese Sachen in Jesu Namen. Amen. Amen.